herzlich willkommen zu meinem 39 video und in diesem video geht es um das task leisten unten oben links rechts anordnen dazu gehe ich dann hier unten in die taskleiste das guest lässt man schon besprochen wegen einem freien bereich aus rechte maustaste taskleisten einstellungen dann öffnet sich ein menü und ich kann dann hier festlegen weiter unten da wo diese taskleiste sein soll ob sie eben unten ist wie es bei mir gerade war ob sie links rechts oben sein sollte hier kann ich das ganz geschickt machen wenn sie mal verstellt hat und oben sein sollte einfach rechte maustaste drauf wie der taskleisten eigenschaften und dann hier einstellen wo sie sein soll die taskleiste ja und das war es schon und wir sehen uns gleich wieder im nächsten kurzen video